Das Reich Saladins zerfiel nach dessen Tod rasch. Ziel des vierten Kreuzzugs war eigentlich Ägypten. Papst Innozenz III. hatte ihn ausgerufen. Venedig sollte die Flotte für das Herstellen. Da die geforderten Mittel aber nicht aufgebracht werden konnten und sich Venedig verschuldet hatte, sollten die Kreuzfahrer für die Stadt Gebiete erobern. Zuerst ging es gegen Sada, das zum Königreich Ungarn gehörte. Diese Stadt war für die Herrschaft über die Adria von besonderer Bedeutung. Immer mehr wurde Venedig auch ein Rivale von Byzanz, vor allem in der Ägäis. Außerdem versperrte die Stadt Konstantinopel den Weg ins Schwarze Meer. Inzwischen war Byzanz wieder von inneren Unruhen geprägt. Es gab Aufstände. Die Flotte brach zusammen. Auch am Balkan geriet Byzanz jetzt in die Defensive. Zugleich kam Süditalien unter staufischer Herrschaft. Am 13. April 1204 eroberten die Kreuzfahrer Konstantinopel. Drei Tage lang fanden Plünderungen statt. Unschätzbare Kunstwerke wurden zerstört. Die Beute war groß. So kam zum Beispiel nun die Quadriga nach Venedig. Die Verwüstungen waren schlimmer als bei der osmanischen Eroberung von 1453. Der Kaiser wurde hingerichtet. Damit endet eigentlich das Byzantinische Reich. Nun entstand das Lateinische Kaiserreich, das bis 1261 Bestand hatte. Die Kaiser kamen aus dem Westen. Das Reich wurde weitgehend aufgeteilt bzw. zerfiel. Vor allem Venedig profitierte. Sogar der Patriarch war ein Venezianer, womit die Kirchenunion hergestellt schien. Das Byzantinische Kaisertum selbst war in Nicea im Exil und konnte 1261 nach Konstantinopel zurückkehren. Die weiteren drei Kreuzzüge im 13. Jahrhundert veränderten nicht viel. Kaiser Friedrich II. hatte wenig Interesse am Krieg und konnte den Zugang zu Jerusalem vertraglich sichern. Die Eroberung Ägyptens scheiterte jedes Mal. Ab der Mitte des 13. Jahrhunderts wurden die Kreuzfahrergebiete von den Muslimen zurückerobert. 1291 fiel schließlich Akkon, womit der letzte Kreuzfahrerstaat unterging. Die Muslime zerstörten daraufhin alle Burgen und Städte an der Küste und verstärkten die Befestigungen im Binnenland. Zumindest über den Seeweg wurde damit eine christliche Eroberung verhindert. Die folgenden Versuche scheiterten dann auch schon in der Planungsphase.